Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. USA und China – vom Konkurrenzkampf zur Annäherung in der Weltwirtschaft. Änderung des Kurses? Eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen USA und China? In den letzten Jahren war die wirtschaftliche Beziehung zwischen den USA und China sehr angespannt, insbesondere aufgrund der Anwendung stark gegensätzlicher wirtschaftlicher Strategien. Doch zeigt sich in den aktuellen Entwicklungen ein möglicher Wandel dorthin, dass diese beiden großen wirtschaftlichen Mächte eine Annäherung statt der anhaltenden Abgrenzung suchen könnten? In der Vergangenheit wurde die Reaktion der USA auf Chinas wirtschaftliche Strategien oft als aggressiv und konfrontativ charakterisiert. Quelle – bisherige US-Politik gegenüber China – Weltwirtschaftsforum. Chinas Verhalten wurde dagegen von einigen Analysten als Strategie zur Schaffung einer neuen weltwirtschaftlichen Ordnung gedeutet. Quelle – Chinas ökonomische Ambitionen – erfolgsbedingte Globalisierung. In den letzten Monaten war jedoch eine Wende in der amerikanischen Außenpolitik gegenüber China zu erkennen. Anstatt die konfrontative Haltung fortzusetzen, wurden nun Gespräche zu Themen wie Handelsbeziehungen und Klimawandel aufgenommen. Quelle – neue US-Politik gegenüber China. Informationen zu aktuellen Beziehungen zwischen USA und China. Angesichts dieser Veränderung in der US-Politik könnte man annehmen, dass eine Annäherung zwischen den beiden Mächten bevorsteht. Analysten der globalen Politik weisen jedoch darauf hin, dass es für eine solche Annäherung noch einige Hürden zu überwinden gibt, insbesondere in Bereichen wie Menschenrechte und geistiges Eigentum. Quelle – potenzielle Hürden für eine Annäherung USA-China – internationale Studien zum Thema. Aber ungeachtet dieser Herausforderungen ist es eine bemerkenswerte Entwicklung, dass die USA auf diplomatische und strategische Gespräche ausweichen, anstatt eine konfrontative Haltung einzunehmen. Ob diese Entwicklungen tatsächlich zu einer dauerhaften Annäherung zwischen China und den USA führen werden, bleibt jedoch abzuwarten. Autorin Anita Farke, Samstag, 6. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.